Fusion Forza bringt einige sinnvolle Reprints, wie zum Beispiel Instant Fusion, Einzelfeuerblüte, Spielzeugspender und Beschwörungsmensch. Ebenfalls gab es Support für einige Themendecks, darunter Beschwörer, Raubpflanze und Kuscheltier. Raubpflanze bekommt ein paar mehr oder weniger gute Karten. Das Themendeck basiert auf Zählmarken, wodurch die Level des gegnerschen Monster auf 1 reduziert werden. Die besten Raubpflanzen kommen jedoch 1. Mai mit Maximum Crisis. Kuscheltier bekommt endlich ihre Schreckenpelzkrake und den Kuscheltier-Pinguin, jedoch kein Patchwork. Dennoch ist das Deck spielbarer geworden und kann schnell mal ein OTK hinlegen. Außerdem gibt der Pinguin einem die Möglichkeit über Barmuth High auf Totally Awesome zurückzugreifen. Das Beschworenen-Thema erscheint erstmalig in der Erweiterung und bekommt an sich alles, was man braucht. Zum einen das Fusionsmaterial-Monster, welches gleichzeitig die Sucherkarte für die Fusionskarte beschworen ist. Ebenfalls eine Sucherkarte für Alistar, der Beschwörer selbst. Und zuletzt die Fusionsmonster, die jeweils den Beschwörer und eine Eigenschaft benötigen. Es gibt Feuer, Wasser, Wind, Licht, finsternes Erde. Die Spielstärksten sind Invoked Mechaba und Invoked Raijin. Wird sich was im Meta durch das Set verändern? Eidolon wird sich schnell ins Meta integrieren und in verschiedenen Decks wie Zodiac's Wound, Witch's Artefacts und Blue Eyes auftauchen. Die Kuscheltiere werden zwar nicht oben mitmischen, jedoch werden sie ab und an auftauchen.